Unfassbar, wie ich bereits in meinem vorherigen Video analysiert habe, ziehen die Kartellparteien in Thüringen vors Verfassungsgericht. Und ja, Kartellparteien ist der passende Begriff, wie wir auch in diesem Fall sehen. Legen wir los. In Thüringen tobt ein beispielloser politischer Machtkampf, der zeigt, wie weit die etablierten Parteien bereit sind zu gehen, um die AfD, die mittlerweile zur stärksten politischen Kraft im Land aufgestiegen ist, in jeder Form auszubremsen. Schon bei der konstituierenden Sitzung des neuen Thüringer Landtags wurde klar, dass die linken Kartellparteien, insbesondere die CDU, mit allen möglichen Tricks arbeiten, um die AfD zu verhindern. Angeführt von Alterspräsident Jürgen Treutler, dem AfD-Abgeordneten, der den Landtag eröffnen sollte, entwickelte sich die Sitzung zu einem regelrechten Schlagabtausch, der vor allem eines zeigte. Die etablierten Kräfte sind offensichtlich nicht bereit, den demokratischen Willen der Thüringer zu respektieren. Die Sitzung startete und wurde direkt wieder unterbrochen. CDU-Abgeordneter Andreas Bühl versuchte, die Beschlussfähigkeit des Landtags festzustellen, um einen Änderungsantrag seiner Fraktion durchzubringen. Doch Treutler, der in seiner Rolle als Alterspräsident die Eröffnungsrede hielt, lehnte dies ab. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass es weniger um die formalen Abläufe und mehr um einen grundsätzlichen Machtkampf ging. Bühl bestand darauf, dass über den CDU-Antrag abgestimmt wird, doch Treutler blieb hart und verhinderte diesen Versuch. Der Streit zog sich über Stunden hin. Während Dorothea Marx von der SPD und der offen linke Andreas Kehrer im MDR-Livestream die Zuschauer gegen die AfD einheizte, versuchte die CDU-Fraktion weiterhin, ihren Antrag durchzubringen. Treutler jedoch hielt daran fest, dass die Tagesordnung nicht verändert wird. Dies führte zu immer mehr Unterbrechungen und hitzigen Wortgefechten. Sogar der Landtagsdirektor Jörg Hopfe, der als Chefjurist des Parlaments fungiert, schaltete sich ein. Besonders brisant wurde es, als Treutler in seiner Rede betonte, dass es eine langjährige Gepflogenheit in Thüringen sei, dass die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten stellt. Dies sei seit der Wiedergründung des Landes nie infrage gestellt worden und auch diesmal müsse der Wille der Thüringer Wähler respektiert werden. Mit deutlichen Worten warnte er vor einer Untergrabung der politischen Kultur und rief dazu auf, den Souverän, das Volk ernst zu nehmen. Doch dieser Appell stieß bei den linken Kartellparteien und besonders bei der CDU auf taube Ohren. Man drängte weiterhin darauf, die Regeln zu ändern, um die AfD zu verhindern. Die Sitzung wurde erneut unterbrochen und das Chaos nahm weiter seinen Lauf. Treutler entließ mehrere Abgeordnete von CDU und Linken mit Ordnungsrufen, als sie versuchten, ihn zu unterbrechen. Zwischenrufe wurden lauter und die Stimmung im Saal heizte sich weiter auf. Andreas Bühl warf Treutler vor, eine Machtergreifung zu betreiben und forderte, dass endlich über die Beschlussfähigkeit abgestimmt werde. Doch Treutler blieb unerbittlich. Ich befinde mich noch immer bei meiner Rede, sagte er mehrmals und weigerte sich, den Forderungen der anderen Fraktionen nachzugeben. Inmitten dieses Tumults forderte der CDU-Abgeordnete Bühl sogar, dass der zweitälteste Abgeordnete das Amt des Alterspräsidenten übernehmen sollte, um die Sitzung endlich voranzubringen. Auch die Linken, allen voran Katja Mitteldorf, forderten vehement, dass die Abstimmung über die Beschlussfähigkeit des Parlaments endlich durchgeführt wird. Doch Treutler hielt an seiner Position fest und unterbrach die Sitzung erneut. Es folgte die dritte, dann die vierte Unterbrechung und immer noch war kein Ende in Sicht. Jede Fraktion hatte mittlerweile ihre Positionen fest zementiert und der Streit schien nur noch weiter zu eskalieren. Die CDU-Fraktion, die von Treutlers Blockade besonders frustriert war, kündigte schließlich an, das Landesverfassungsgericht einzuschalten. Andreas Bühl erklärte, dass die Partei zum letzten Mittel greife, um die verfahrene Situation zu klären. Die Sitzung wurde schließlich nach viereinhalb Stunden erneut unterbrochen und auf Samstag vertagt. Ein Ergebnis Fehlanzeige. Stattdessen zeigt sich einmal mehr, wie weit die linken Kartellparteien gehen, um die AfD die stärkste politische Kraft in Thüringen zu verhindern und damit jegliche parlamentarischen Gepflogenheiten brechen, um ihre Macht zu sichern. Der demokratische Wille der Thüringer, der sich in der Wahl deutlich gezeigt hat, wird mit Füßen getreten. Statt den Wahlsieg der AfD anzuerkennen, versuchen die Kartellparteien durch peinliche Tricks und juristische Spielchen die politische Landschaft zu manipulieren. Es bleibt abzuwarten, wie das Landesverfassungsgericht entscheidet. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine neuen Entwicklungen zu verpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017